Jo Conny aus dem Fernperu, möchte ich dir zu deiner Hochzeit gratulieren. Alles Gute, viel Erfolg damit. Lässt dir eine schöne Schrankwand schenken vom Möbel kräft, hilft den Brautstrauß nicht so hoch, so dass klein Alex ihn auch fangen kann. Ansonsten dann schnappt das auch schon fertig. Jo, Ständchen gibt es jetzt nicht weiter, ich werde noch ein bisschen rumbrüllen. Mal sehen, wie sich das anhört. Alles Gute, bis die Teuer gehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020